Ich habe ein Restaurant. Wie heißt der Land? Soul Kitchen. So was? Soul Kitchen wegen Soul Musik und so weißt du? Haben Sie den Chef? Jo. Das Finanzamt haben wir schon wieder. Sie schulden uns noch Geld. Das wissen Sie, nicht? Ähm, oh, diese Beine. Oh. Was ist die Nachscharn? Heigienen und Hunde essen? Du willst nicht verwirklichen. Das ist mein Job. Oh, was ist denn mein Job? Was ist denn mein Job? Na, weiterhelfen. Was machst du hier? Bist du ausgebrochen oder was? Ich könnte auch täglich raus, wenn ich draußen einen Job hätte. Du wirst ja noch nicht gearbeitet. Ich würde ja auch nur so tun als ab. Verstehe. Wirst du noch ein 20-Termin oder so füllen? Oh, mein Rücken ist im Arsch. Wieso kannst du nicht zum Arzt? Weil ich keine Versicherung habe. Was gibt es denn? Was denn? Kann er mich vielleicht umbringen? Entschuldigung. Das ist mir peinlich. Den Wissen koche ich nicht. Hier, 45 Euro. Toll. Wollen wir uns auf die Karte setzen? Die wollen, die wollen, die wollen, die wollen. Keine Bewegung. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe Bandscheibe. Wohin gehen wir eigentlich? Er ist ein Physiopraktiker. Alternative Medizin. Nächste. Auf drei. Eins, zwei, drei. 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 Es ist ein Physi. Ja, Mann. Soll kichin. Ja, Mann. Das ist ein Physiopraktiker. Das ist ein Physiopraktiker. Das ist ein Physiopraktiker. Das ist ein Physiopraktiker. Vielen Dank.